Ist die billiger, ja? Nein, die ist nicht billiger, sondern in der Handhabung ist sie besser. Wenn überhaupt, ist der halt was tut. Ja, dann rutscht doch ein bisschen hier. Ich möchte mich nur anschließen. Mein Name ist Frau Lerner, ich bin eine der Sprecherinnen hier aus Düsseldorf. Ich möchte mich noch einmal bei dir bedanken für die Moderation. Es gibt hier ein Foto. Und bei Ihnen, dass ich da mal, wo ich tatsächlich... Nein, soll ich vor ein Foto stellen? Bitte. Vielen Dank, dass Sie hier auch so unabhängig haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein massives Problem. Ich finde es unabhängig. Entschuldigung. Entschuldigung. Stell ich da ein paar hier. Stell ich da nicht hin. Stell ich da nicht hin. Stell ich da nicht hin. Bitte. Nicht. 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 Ich bin mir sehr häufig. Das Theater jetzt da im Fluxus- oder Aktionskunst von vor 30, 40 Jahren auf der Bühne nach. Das ist jetzt auch keine Kritik, sondern ich sehe es einfach. Aber das führt in das Gefühl, wir wollen es nicht weiter. Da sind wir in einem ganz anderen Feld. Wir sind auch in einem anderen sozialen Feld, was die Situation der Zuspitzung auf dem Bus, die Marken, die Transparenz, auf all diese Dinge. Das ist auch völlig anders. Ja, richtig. Völlig anders. Ich meine, das decken alle. Das ist interessant für uns, dass wir nicht nur eine gesellschaftliche Asmeldesetzung sind. Und da wir sozusagen eine permanenten Kommunikation auch an unseren Kunstmedien sind, ist diese Asmeldesetzung natürlich immer vorsichtig. Ja, das braucht man das nicht. Ja. Die Bücher, die wir brauchen, die sind mal so und sind mal so. Das ist ja eine solche, die in uns zu sagen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja, ich brauche irgendwie einen, 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 einen gewasserten noch, oder Was wollen Sie? Wasser, Bier, Schnaps? Kein Wein. Bitte schön. Claudia. Danke. Danke. Sie. Habe ich gesehen? Knallrot. Ja, der Mensch. Ich nehme die Farbe. Oh, guck mal hier, Faustik. Ja, muss da haben, muss da. Hallo, da. Ach, ja, da ist ja mitten. Guck mal. Ja, gut, gut, gut. Das ist auch okay. Ich war nämlich nach Düsseldorf. Das kleine Düsseldorf. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, da haben wir nämlich gefolgt, weil... Das hat aber zugemacht. Und dann, ich weiß nicht. Saal, ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.